Die Fußball-Regionalliga Bayern ist eine Liga im deutschen Fußball. Sie ist eine von fünf Regionalligen, welche aktuell die vierthöchste Spielklasse im Ligasystem in Deutschland bilden. Sie wird vom Bayerischen Fußballverband ausgerichtet. Der Meister nimmt an einer Aufstiegsrunde zur dritte Liga teil. Der offizielle Titel des Bayerischen Amateurmeisters wird an den bestplatzierten Verein, der keine zweite Mannschaft eines Profivereins ist, vergeben. Der bayerische Amateurmeister qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokal. Die Absteiger spielen in der folgenden Saison in der Bayern-Liga. Die letzte Saison 2015-16 begann am 16. Juli 2015 und endete am 21. Mai 2016. Gründungsmitglieder Mit der Regionalliga-Reform 2012 wurde die Regionalliga auf fünf Ligen aufgestockt. Die fünf Regionalligen sind Nord, Nord, Ost, West, Südwest und Bayern. Die Gründungsmitglieder in der Saison 2012-13 sind 1. FC Nürnberg 2 SPVGG Bayernhof SPVGG Gräuter Fürth 2 FC Ngoelstadt 04 I SV Viktoria Aschaffenburg TSV 1860 Rosenheim FC Eintracht Bamberg FC Memmingen SV Seligenporten Vf Elfronlach TSV 1896 Rhein TSV Buchbach FV Illertissen FC Bayern München 2 FC Ismaning TSV 1860 München 2 SC Eltersdorf Würzburger Kickers SV Heimstetten FC Augsburg 2 Meister und Vizemeister Meistertitel Spieler mit den meisten Einsätzen Stand Saisonende 2015 Sechzehntel Spieler mit den meisten Toren Stand Saisonende 2015 Sechzehntel Siehe auch Fußball-Liga-System in Deutschland Ewige Tabelle der zweitklassigen Fußball-Regionalliga Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16